Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr heute zwei Digimins vom letzten Digimon Tribe Chapter gewinnen. Und ich sag euch jetzt schnell, alles was ihr wissen müsst und alles was ihr dafür tun müsst, es ist ganz einfach. Und zwar müsst ihr einmal dazu dieses Video liken und kommentieren, welcher Digimon Tribe Film euer Lieblingsfilm war und warum. Und alternativ für die Leute, die keinen YouTube Channel haben und deswegen das nicht hier machen können, werde ich das Gewinnspiel auch nochmal auf Facebook und auf Instagram posten. Also habt ihr keinen YouTube Channel, dann entweder auf Facebook oder auf Instagram liken und kommentieren. Ja, ansonsten, wie lange das Gewinnspiel geht, findet ihr unten in der Infobox. Es dürfen alle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mitmachen. Und Achtung, ganz ganz wichtig, ich werde kein extra Auslosungsvideo machen. Ich werde die Gewinner unter ihrem Kommentar benachrichtigen. Also entweder hier auf YouTube, auf Facebook oder auf Instagram. Und der Gewinner bzw. die Gewinner haben dann eine Woche Zeit, sich zu melden und uns eine Mail zu schicken an die Mailadresse, die ihr auch in der Infobox findet. Und ja, wenn die Gewinner sich nicht nach einer Woche melden, dann werde ich neu auslosen. Also haltet auf jeden Fall euren Kommentar im Auge, falls ihr gewinnen wollt und wissen wollt, ob ihr gewonnen habt. Ja, das war's eigentlich schon. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schaut nochmal in die Infobox, da findet ihr nochmal alles im Überblick. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Und dann hoffe ich mal das Beste für euch. Bis zum nächsten Mal.